Die Marktkapelle von Kammann Geht Sie zu einem Besuch in diesem am Fuße des Reitings gelegenen Marktes ein. Genießen Sie die Sommerfrische oder einen schönen Herbsturlaub in Kammann und erwandern Sie die im Norden liegenden Eisenerzer Alpen oder die niederen Tauern im Süden mit ihren herrlichen Panoramen. Der neu gestaltete Marktplatz, das Herz von Kammann mit den schön angelegten Blumen und den Wasserspielen wird Sie ebenso begeistern wie ein Blick in das bäuerliche Gerätemuseum mit der Vielfalt an Reliquien der vergangenen Epochen. Musik 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 Unsere Gastronomie ist bestens auf ihren Besuch vorbereitet und wird ihren Gaumen mit internationaler und regionaler Küche verwöhnen und für ihr Wohlbefinden sorgen. Natürlich lohnt es sich auch, unsere Pfarrkirche aus dem 11. Jahrhundert zu besuchen. Wandern sie auf den Spuren der alten Ritter hinauf zur Ruine Kammerstein. Die Burg wird in das 12. Jahrhundert datiert. Erfrischen sie sich am kleinen Wasserfall mit herrlichem Quellwasser und verweilen sie an der Grottenkapelle, einem mystischen Ort, der zum Nachdenken verleitet. Machen sie anschließend bei der Ruine der Burg Ehrenfelsrast, um den Ausblick in das schöne Liesingtal zu genießen. Es gibt ja nur, weil wir sind alle allein, Besonders schön ist Kammern mit den vielen Bildstöcken, Materln und Glaubenszeichen im Herbst. Da bietet sich der Materlweg rund um Kammern an, spazieren zu gehen und die wunderschönen Attribute an den Glauben dieser Region zu bewundern und bei der einen oder anderen Kapelle in sich zu kehren und neue Kraft zu tanken oder einfach nur einen Wandertag ohne Autostunden zu verbringen. Begleiten sie unsere Gäste in diesem Video rund um Kammern, um einige der zahlreichen Glaubenszeichen wie die Anna-Kapelle, die Hofer-Kapelle, das Wegkreuz, die Gstott-Mohr-Kapelle und wie sie alle heißen zu sehen, um sie in ihrer Wanderung wiederzuerkennen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020